So, ein ganz zauberhafter Aufgabentyp aus der Stochastik. Stochastische Unabhängigkeit. Wollen wir uns mal in einem Beispiel ansehen? Herzlich willkommen bei Mathe mit Rick und herzlich willkommen bei How to Mathe Abi. Es geht immer noch darum, dass wir uns richtig, richtig nice aufs Abi vorbereiten wollen. Und ich möchte gerne alle diese Tools, Strategien und Rezepte zeigen, die du brauchst für ein erfolgreiches Abi. Stochastische Unabhängigkeit, die Aufgabe lautet wie folgt. Auf einem Festival werden viele heitere Freizeitaktivitäten angeboten. Mathe hat ja immer was mit Spaß zu tun? Das möchte ich gerne berücksichtigen. So können sich die Besucherinnen und Besucher bei einem Bierpong-Turnier beweisen oder an einem Karaoke-Contest teilnehmen. Sehr schön. Fünf Prozent der Menschen haben sich für beide Aktivitäten eingetragen. 20 Prozent wollen gern Bierpong spielen. 35 Prozent haben Lust auf Karaoke. Betrachtet werden die folgenden Ereignisse. Ereignis B. Eine zufällig ausgewählte Person hat sich für Bierpong eingetragen. Ereignis K. Eine zufällig ausgewählte Person hat sich für Karaoke eingetragen. Okay. Aufgabe lautet, untersuche die Ereignisse B und K auf Stochastische Unabhängigkeit. Das kann gerne so lauten. Die Aufgabenstellung kann genauso aussehen, dass schon Stochastische Unabhängigkeit dasteht. Und wann immer du das so liest, Stochastische Unabhängigkeit, wird bei dir immer die Formel für Stochastische Unabhängigkeit ausgelöst. P von A mal P von B gleich P von A geschnitten B. Das Produkt der Einzelwahrscheinlichkeiten entspricht der Wahrscheinlichkeit des Schnittes. Ja? Folgende drei Steps würde ich hier empfehlen. In Zeile 1, Step 1, definiere die relevanten Ereignisse. Würde ich immer tun. Ist hier schon gemacht. Deswegen habe ich in Zeile 2 einfach aufgeschrieben. B und K sind bereits definiert. Wenn B und K nicht definiert sind, schreibst du einfach auf. Dann schreibst du auf B, eine zufällig ausgewählte Person hat sich für B-Punkt eingetragen. K, eine zufällig ausgewählte Person hat sich für Karaoke eingetragen. Wenn die schon vorher gegeben sind, die Ereignisse, super. Wenn nicht, auch super. Dann schreiben wir sie einfach auf. Step 2, gib die relevanten Wahrscheinlichkeiten an. Die sind ja hier durch die Aufgabenstellung auch schon ergeben. P von B ist 0,2. P von K ist 0,35. Und P von B geschnitten K ist 0,05. 20% wollen Bierponk spielen. 35% wollen sich beim Karaoke beweisen. Und 5% haben Bock auf beides. Step 2, fertig. In Zeile 5 kommt Step 3. Wende die Formel für die stochastische Unabhängigkeit an. Das steht in Zeile 6. B und K sind stochastisch unabhängig, genau dann, wenn P von B mal P von K gleich P von B geschnitten K. Das Produkt der Einzelwahrscheinlichkeiten entspricht der Wahrscheinlichkeit des Schnittes. Das ist alles. Deine Augen lesen irgendwo stochastische Unabhängigkeit und deine Hand schreibt das schon auf. Ruhig quick and dirty mit dem Bleistift an den Rand des Abis einfach so rankritzeln. Stochastische Unabhängigkeit heißt P von A mal P von B. Einfach aufschreiben. Und wie die Ereignisse heißen, nicht so wichtig. Wichtig, dass wir es inhaltlich verstehen. Produkt der Einzelwahrscheinlichkeiten entspricht der Wahrscheinlichkeit des Schnitts. In Zeile 7 rechnen wir das aus. P von B mal P von K ist 0,20 mal 0,35. 20 Prozent, 35 Prozent, 0,2 mal 0,35 können wir ausrechnen, ist 0,07. Die Wahrscheinlichkeit der Schnittmenge bzw. des Schnittereignisses, die Wahrscheinlichkeit P von B geschnitten K ist ja 0,05, also 5 Prozent. Und da haben wir einen Widerspruch. Ja, das Produkt der Einzelwahrscheinlichkeiten ist 0,07. Die Wahrscheinlichkeit des Schnittes ist 0,05. Das ist nicht das Gleiche. Demzufolge sind B und K eben nicht stochastisch unabhängig. B und K sind dann stochastisch abhängig. Habe ich in Zeile 8 so aufgeschrieben. Und das ist hier schon alles. Wenn du das so liest, stochastische Unabhängigkeit, kannst du gerne eben genau diese Formel anwenden. Das ist die Formel für die stochastische Unabhängigkeit. P von B mal P von K gleich P von B geschnitten K. Merk dir das gern. Du liest stochastische Unabhängigkeit und du schreibst die Formel auf. Das Produkt der Einzelwahrscheinlichkeiten entspricht der Wahrscheinlichkeit des Schnittereignisses. Wann immer das der Fall ist, liegt stochastische Unabhängigkeit vor. Kann man easy peasy prüfen. Geht ganz schnell, aber wir müssen wissen, wie es geht. Und häufig muss man halt noch irgendwie Ereignisse oder Mengen definieren, die Wahrscheinlichkeiten aus dem Text irgendwie rauslesen. Die Formel an sich am Ende ziemlich simpel. Kriegst du auf jeden Fall hin. Die meisten Aufgabentypen der Stochastik sind, was die Formel oder den Ansatz betrifft, relativ simpel. Wenn du dir einen Überblick wünschst über die ganzen Aufgabentypen der Stochastik, schau gern weiter in dieser Playlist vorbei. Da geht es ja um stochastische Aufgabentypen mit Hinblick aufs Abitur. Dann würde ich sagen, eignen wir uns diese ganzen schönen Aufgabentypen an. Hätte ich Bock, wenn du noch weiterhin dabei wärst. Wir sehen uns im nächsten Video wieder. Lass es dir gut gehen. Tschau und tschüss. Dein Rick Lass es dir gut gehen.